Was ist das erste Mal hier gespielt? Also ich habe, als ich das erste Mal hier gespielt habe, mich spontan in diesen Ort verliebt. Es war eine unglaublich schöne Atmosphäre, einmal vom einfach landschaftlichen, dann mit diesem wunderbaren Schloss, aber auch die Menschen im Publikum und die Menschen, die diese Musikfestwoche seit vielen, vielen Jahren betreuen und leiten. Wie es der Zufall so wollte, ergab sich eine kleine Lücke und ich hatte einfach Lust, mich hier mehr einzubringen und Gott sei Dank wurde das dankend aufgenommen und da stehen wir nun und planen gemeinschaftlich, was mich sehr freut. Ich wollte nicht viel mehr zu wissen, als dass er einen Ort entdeckt hat für sich, das er liebt, wo es musikbegeisterte Menschen gibt und in einer fantastischen Landschaft, die auch einen historischen Bezug hat. Und das ist genau ein solcher Ort, was ich so heizend finde. Und deshalb gab es kein Nein, sondern ein sofortiges Ja. Und das ist genau, was ich so heizend finde, das ist genau, was ich so heizend finde,